Dann muss man overhealen innerhalb von 3 Sekunden. Ja. Es tappt dich ja durch meine Fresse. Mana vom Heiler. Wer ist unser Heiler da? Der Monga. Also gar nichts. Verbraucht man überhaupt noch Mana? Hm. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. So, wo spawnt das Elementar? Oh nein, ist ein Tigelfower weg. Ich bin ein Anfall. Wieso? Wie schaffst du es die Sachen da mal rauszuziehen? Wenn man falsch klickt anscheinend. Spielts nicht mit Tastatur? Doch, aber nicht alles. Moment, der Zerstörer ist da, das Elementar da hinten. Deep Freeze. Hu-hu-hu-hu. M你就 öffnet der tatsOkay war das reciprocal. Ich nicht. Die ist im Mainstream. Ich hoffe es gibt auch Instanzen so wieder mit Menschen. Also so keine Ahnung wie ich das erklären soll mit menschlichen Gegnern. Finde ich immer schöner. Jetzt haben wir ihn. Vom Damage her ist die Gruppe schwächer. Ja. Hey. Oh doch es hat einer was bekommen. Platte. Ist anscheinend nicht für mich. Nö. Nix. Nix. Und da hat noch einer was bekommen. Leder. Toll. Aber ist anscheinend wie gesagt nicht für mich gedacht. Aber wenigstens war mal was drin. Da kommt der Monk angebabbelt. Mhm. Der hat Viech am Arsch deswegen mommelt der. Das Problem ist die kleinen Non-Elite da müsstet ihr euch drum kümmern. Weil ich kann nicht jeden einzelnen mit ner Rune ankasten. So viele Runen hab ich halt gar nicht. Hier brutzelt noch ein Oga. In der Ecke. Mhm. Der Roboter hat ja keine 24 Stunden cooldown. Der Blinktron. Okay. Vier Stunden. Kannste trotzdem nur einmal am Tag. Aber nur einmal am Tag. Ja. Ein zufälliges. Nein. Das zufällige Geschenk bekomme ich einmal pro Tag. Ja ja. Aber ich kann mich immer wieder verwandeln. Natürlich. Was ist denn das Ding was der Monk da aufstellt? Ist das ein automatischer Hielbrunn? Ja. Komm schon mal Katze. Ich glaube fast an dich. Du musst gut retten. Aber interessant ist keine grünen, keine blauen Sachen. Nix? Nö. Gar nix. Oh. Perfekt. Die anderen sind gerade weg. Deep Freeze. Tauronstomp. Untertitelung des ZDF, 2020 So, drei Sekunden cool dann wieder Jetzt mal die einen frieren, die kleinen Zauber geklaut, Lava Eruption, zack! Zurückgeschossen! Ja, der Monk verliert ja keinen Mana! Der sieht doch aus, als wenn der Tankstuff droppt! Hm? Das glaubst du! Was ist denn? Inwiefern? Meine... Meine fucking Buttons, das kann doch nicht sein! Meine Fresse, ey! Zieh sie doch einfach nicht raus! Ja, wie? Einfach nur anklicken! Oder mit Loxi! Ja! 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 Woran stirbt ihr denn immer? Ich kann den einen jetzt nicht wiederbeleben. Ich kann noch Viecher töten. Hast du die Aktionsleiste gelockt jetzt? Nein. Doch nicht jetzt. Geht doch ganz schnell. Escape, Interface, Aktionsleisten, Leisten fixieren. Ja, schön. Kann ich nicht machen. Sind wir fertig? Wieso nicht? Weil ich keine normalen Aktionsleisten habe. Was passiert, wenn man mit Addons spielt? Ja. Dafür komme ich damit besser klar als scheiß WoW. Du ziehst doch die ganze Zeit die Addons rein. Ja, aber ich habe trotzdem drei Reihen, die ich brauche und nicht nur zwei Kack-Reihen, rein, die ich nicht mal verschieben kann. Ihr macht das mal. Ich suche meine Fähigkeiten wieder zusammen. Wo ist denn mein Berserker? da. So. Zack. Nein, das geht nicht. Gut. Das war nochmal gegen das Schwein. Hatte irgendeiner in einem Boss gerade gelootet? Nein. Nein. Da war für mich schon mal nichts drin. Nein. 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 Ich muss näher sein. Keiner ist down. So, komm schon hier. Jetzt müssen wir jetzt auch noch mal. Da ist jemand Leveler. 91 oder 92 wohl schon. Keine Ahnung, ich kann nicht draufklicken, weil das irgendwo hinrutscht. So, ich hoffe jetzt sind alle auf der Brücke. Ich glaube hinten geht die Brücke auch zu, oder? Weiß nicht. Dann frage ich wozu die Hitzewelle ist, wenn man sich eh zurückschmeißen lassen kann. Brocken. Mitte. Spitzewelle. Was? Sogar meine antimagnetische Bubble kickt mich weg. Das ist aber ein Bug. Geld, boah. Jawoll. Muss man vielleicht länger warten? Wird noch intern gewürfelt? Ne, da ist nichts drin. Da ist wirklich einfach überhaupt gar nichts drin. Ja. So, wie sieht denn das Damage-Mieter aus? Interessiert mich grad mal wirklich. Ähm, du wirst bei 3K. Hm. Platz. Drei. Ich bin dritter? Ja. Vorletzter quasi. Ich hab'n wieder aus, jetzt hauen sie wieder auf die Kacke mit ihrem Hü-Hü-Hü-Hü-Hü-Hü-Hü-Hü-Hü. Dabei können die Bosse hier wirklich nichts, außer dass sie alle ein AE nach vorne haben. Ja. Und ich hab'n wieder da. Die Fähigkeit ist noch nicht allein. Nee. Ich hab'n wieder los. Ich hab'n wieder los. Ich hab'n wieder los. Ich hab'n viele. Ich hab'n wieder los. Lachen. Das ist ja so. Das ist ja ganz gut. Ich hab'n wieder los. Oh, die machen Schaden, die beiden. Ah, jetzt hat der Schamann nochmal Mana verbraucht. Yeah. Die kommen ohne den Boss. So, jetzt haben wir es gleich, vielleicht diesmal ein bisschen Endboss Loot. Vielleicht für einen, nur um die Existenz des Loots zu ergründen. Aber wir kriegen einen Random Beutel. Nee, wir kriegen Geld, kein Beutel. Achja, Beutel ist auf Max-Level, ne? Keine Ahnung. Erst breche ich euren Willen, dann verkaufe ich euch vor. Lass das durch, lass das durch, lass das durch. Jawohl, den Zauber schicke ich ihm zurück. 26k Damage habe ich ihm zurückgeworfen. Wunderbar. Nix. 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 Doch, ich habe was gekriegt. Ich habe einen Ring gekriegt. Nix. Immerhin. Dann hat noch einer was bekommen. Kette. Was zum Teufel? Sie ist Vielseitigkeit. Vermeidung? Ach du Scheiße. Was? Vielseitigkeit verursacht Schaden und Heilung um 3% und verringerte Litten schon um 1,5% bei mir. Mhm. Instanzgrube verlassen? Ja. Ich habe wieder irgendein graues Item im Boss liegen lassen. Schämlich. Eine graue Brustplatte und ein zerbrochenes Jagd-Fan-Glas. Oh Mann. Soll ich jetzt eben meine Kollegas hier bearbeiten in meiner Garnitio? Meine sind in 5 Minuten wieder da. So ein Quatsch mit dem Gear. Ich hätte es wenigstens gerne gesehen. Und wo habe ich jetzt meinen Rufbonus für bekommen? Gibt es nicht mehr. Missionen. Das ist eine neue Mission diesmal? Mhm. 75%. 71. Du musst leveln. Mann. Hier die kann ich auch direkt losschicken. Zack. 75. Zack. So. Wollen wir jetzt weiter questen? Ich würde dann nur 5 Minuten warten, dann können wir einen kleinen Cut machen. Okay. Dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tö收! Tschüss! Tö, Tö.